Herzlich Willkommen zum nächsten Part von Tech-It Let's play Tech-It Wir sind noch immer am Grundgerüst und so weiss Es schaut zwar scheiße aus oder ich... Start... paar Dingens, wie auch immer man es nennen mag Das ist wieder kein Start Naja, so wie du das auspasst schon... Offensichtlich, ja? Es wird schon wieder dunkel, meine Güte! So, passt Jetzt kommt man dann so schön auf, wenn ich ziemlich schnell Ich hab jetzt für die Visionen, ich bin... Künstler... Na, aber ich... Genau da! Er war's jetzt, er war's jetzt! Nein, ich hab jetzt für die guten Ideen krass! Oder auch die für schlechten, das musst du dann entscheiden! Oder wie gesagt die Zuschauer! Die, was es gibt! Die, was nicht existieren! Genau die! Aber weil die so gut ist, dass er gut wird und existierte auch! Na, was wollen die all den Skype von mir? Ja, die wissen, dass du aufnimmst! Du willst dir das auch, dass wir nicht aufhören müssen! Beschäftigt! Ja, willig! Danke! Besser! So! Beto oder... nicht! Wenn's die stirbt dann... Ja, sonst auch! Verstärzt die das dunkel? Nein! Aber bist du gerade da? Ich war gerade in der Nähe, ja! Ich bin gerade... Ich bin noch in der Nähe, also... Von mir aus, ich bin gerade da! Aber, jetzt... Ach Gott, diese Tür aber da! Zug aus! So! Das muss ich wieder süchtig gespülen! Ach, ich war schon, wo du das gesehen hast, nur die 15 Minuten! Ha! Die gibt's Verständnis mit der Kiste! Die sind jetzt wirklich geil! Kiste! Und 15 Minuten! Das ist alles so sinnvoll, was du gerade redest! Ähm... Ich weiß ja! Ja! Bin super! Bin super! Nein! Haha! Alles! 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 Nur nicht was! Ja, toll! Ja, nicht toll! Ja, nicht toll! So! Ähm... Zack! 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 So ein zweites Tractor. Du weißt nicht einmal, was ich lauere als! Ein zweiter Extractor! Ja! Und, was macht ein Extractor? Extrahieren! Und was? Aus Hards? Redstone! Genau! Genau, genau! Ich weiß nicht! Macht aus ... Hartz ... Stimmt's? Du bist heute wieder so witzig. It's incredible how funny you are. Du bist der Böste. Danke, danke, ich weiß. Gut. So, wenn du ganz ernst gemeint. Ich weiß. Warum hast du das Feld gebaut? Ja, weil da nur was hinkommt. Ich hab ja gesagt, ich hab riesen Ideen. Und die umgesetzt werden dann... Dann haben wir da... Ja, genau. Wir machen die typische Emotionsphase. Zuerst sind wir so riesen Bauern, und dann wird's eine Großstadt. Naja, ist so. Ja. Ja. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das so? Ich hab mich grad wehgetan, hat Bär gesagt. Auf allem hat's gemacht, Busch. Jetzt rede ich. Okay, ich glaube, wir müssen die Aufnahme hier abbrechen. Böste... Ich... ist grad nicht in dem Zustand und zu Let's Play. Wieso geht das aber lustig drauf? Oh, you are so genius. es ich bin mal die weil er die mal weg Prozent Prozent morgen wieder ein schöner Tag Punkt 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 ich finde es so schlimm gut das erste ist schlimm und das zweite ist auch und das dritte ist unnötig das dritte, da schauen wir wieder einen ganz besonderen Film und das fünfte ist besonders unnötig aber das vierte ist ganz gut Android ist immer gut aber von wegen drittes, da schauen wir eh nur wieder den Film mal so äh ja den wir ja nicht erwähnen weil er zensiert ist also wenn das wäre Herat was wir sich da in Deutsch ausschauen das ist ja wirklich schön andererseits haben wir ja schon die besten Sachen gesehen wie wir damals ja lassen wir das aber gut dass der Film ab 18 ist und nicht alle in unser Klasse 18 sehen wie zum Beispiel ach ich kenn grad keinen, aber es ist ja wüscht also ich bin's nicht, ich sag's keinem ja ich auch nicht sonst dürfte ich ja noch nichts ins Rohr spielen aber bis drauf kämen ist schon, bist schon so weit oh nach 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 vor nach 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 ich finde ja auch nötig genug Kupfer für einen Tag genug Eisen für einen Tag Kupfer kann man nicht genug haben ich bin in der Fabrik ja ich bin in der Fabrik Bist du der jüngste im Team? Nein, der Daniel, aber im aktiven Team Ja, bin ich der jüngste Der Bernhard, oder? Der Lauren? So oder so Der geht in die Schule schon seit 1980 Ach, das war der andere Die sind da, wenn ich jetzt nicht sage Achso, der Achso, der Ja, ich bin gerade wirklich nicht mitgekommen Ach, kennst du den nicht? Der Typ, der was Doch, ich kenne ihn nicht Wir dürfen glaube ich doch nicht viel Blödsinn reden Wir haben das ja dann, es gibt ja Beweise auf Youtube, dass wir das gesagt haben Und? Es weiß niemand, über wen wir geredet haben Ja, derzeit Aber, wir sollten es nicht direkt sagen Ja, wir sagen eh nicht, über wen wir reden Nicht vergessen, never touch a running system Warte mal, ähm Achso, ja, stimmt Jetzt funkt es wieder Ah, das war wieder super Zu viele Insights Der hasst uns wahrscheinlich dafür, dass wir das gerade erwähnt haben Wer von beiden Ach, du wolltest du jetzt besorgen? Nur ein bisschen Ja, ich will die nur ein bisschen, so viel ist das nicht Das ist nichts Das ist ein Baum Eben Ähm Also wer von, wer von den weißen Hustern sitzt? Ohne dass du sagst, wer Das ist nicht wirklich gut zu erklären Ohne es zu sagen Ah, ok Lassen wir es dabei Lassen wir es dabei Also ich finde das, ich finde das, ich finde das, äh, perfekt, never touch a Ja, running system Ja, schon Der hat ja das gesagt und dem gebe ich recht Was? 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 Du weißt doch schon, wer das gesagt hat Ja, ich weiß, wer das gesagt hat, und? Den gibst recht Warte Reden wir von der gleichen Hust Ich glaube nicht Du weißt schon, wer das gesagt hat, oder? Der ältere oder der jüngere? Der ältere hat es gesagt Ja, okay Ja, okay Ja, geht's Das macht's nicht bloß Ich krieg so viel mit während der Stunde Ja, ich muss doch wichtige Sachen machen, wie programmieren Ja, okay Ach, der war wieder lustig Ach, der war wieder lustig Ah, ja Das, weil, also jeder Zuschauer wird jetzt jetzt denken, hä? Was redet die da? Ja Es will niemand wissen, was ich will Ich sag's ja nur So Ich überlege immer noch, was es daherbauen kommt Ich überlege immer noch, warum ich kein Plan zu mir mit habe Oh, das ist aus Cobblestone, das magst du hier besonders, ja? So Nein, ich find's nicht so schlimm mit meinem Tag Also Das liegt schon Passt Das ist dann so Das, was die müssen uns auch wählen Gut Also dieses Feld bleibt auf jeden Fall bestehen Bist du wirklich? So Das, das, das Also auf jeden Fall heißt es in dem Part, im nächsten Part ist der Weg Ja, ich denk's mal eh Hehehe, nein Äh So Ich bin bald bei 4 Solar Errace Ähm, jetzt die Dungeon Musik, die sind wir seltsam, die sind wir seltsam, wo ist der Dungeon? Wurscht Also es ist sinnvoller Spawner der was Unnötiges Die Gabi bautst du Unnötiges Machst du das nicht eh immer? Ja, aber diesmal ist komplett Unnötig Ah, passt Was hab ich erwartet? Was hab ich erwartet? Meine Erwartungen wurden erfüllt Ja 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 Gehts noch? Ja, englisch schon Ich warte grad auf Kohle Dost Kohle, 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 Kohle Ach, Schüler finster, naja, wie stets was? Mich auch nicht, ich bin nur in der Fabrik und Quipos sollten Ja, die können trotzdem reinkommen Mist, es braucht doch mehr La bis zu lieb brauchen wir auch nicht La bis la zu lieb, la bis la zu lieb La bis la zu lieb Ja, du müsst mich ausbessern und hab's das selber nicht richtig gesagt Also brauchen wir nicht, gell? Nein, nicht unbedingt Ah, dann kann ich es verwenden, juhu Für? Das willst du schon sehen? Zum färben Na, für's viel besseres Das kannst du nicht verwenden. Das kann aber verdammt teuer werden. Ich mache sehr viel von dem. Weißt, das baue ich dann halt aus. Das kann man direkt verwenden? Nein. Achso, man kann es in Blöcke formen. Ja, genau. Jetzt kannst du schon bald denken, was es wird. Ein Pool. Ja, korrekt. Wenn mir noch ein Lapis ist. Nein, echt. Hier ist auch noch mehr. Echt? Eine Mine ist was? Ich glaube schon. Nein, geh weg. Ich habe dich gesehen. Creeper? Creeper? Ja. In der Mine? Nein, in der Fabrik? Vor der Fabrik. Ich bin um Dach und schon. Er sieht mich auch nicht. Nein, du gehst... Nein, du gehst nicht. Weg da, weg da, weg da. Ich bin gerade neben ihm gelandet. Ich bin von oben runtergefallen. Fast auf ihn. Oh, weh. Weißt du, was was Wichtiges zu wissen? Nein, ich war weit genug. Ich bin nicht zu einer der... den Creeper neben... ...wichtigen Stationen. Respektieren das? ...wichtigen Stationen. Nehmen wir das an. Außer, dass ich jetzt wieder Erde-Mondimentar hab dich nicht brauche. So. Ah, sehr gut. Zwar Kübeln, die sind immer groß. Da, 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 da. Hä? Wie bist du? Eeeh. Eeeh. Ein, zwei, drei, vier... 5, 6, 7 Wir haben unsere ersten vier Solaris Ich glaube ich mache dann irgendwann ein paar Zoll und erkläre ein bisschen was zu einem Solaris Wenn es funktionieren Ach, schreck mich, ich glaube das ist ein Creeper Post Was machst du? Was? So Dann Wasser Setzen Setzen Na, jetzt muss ich wieder auf den Duda fangen Hey, was machst du? Das hätt schon so bastisch gemacht Na, schau, jetzt muss ich da wieder sitzen Ja, weil Duda hat den hinten platziert Super, jetzt gehts wieder nimmer Ins Eck Ins Eck Platziert Na, geht alles noch Na, geht alles noch Was für der sagt man Na, geht auch noch Ich hab auch noch Der Uppack gemacht Jetzt wirds wieder nichts Hey, wie hast du das gemacht? Ach, von da unten Passt Genauso Passt Ich muss das dann später mal auffüllen mit lauter sich mit Dingern Ja, passt Der Part ist eh länger als Ups Shit Es verpasst jedes Mal das jetzt Jetzt gehen wir noch ins Bett und damit endet wieder mal der Part So, passt Also, bis zum nächsten Mal Ciao